hey leute was geht prextagon hier und heute natürlich ein weiteres video für euch heute ich bin mir infiziert wie ihr hier sehen könnt ich habe die bulldog und ja ich habe schon lange kein infiziert mehr gespielt mit meinem wow war das knapp mit meinem ich habe lange kein infizierten gespielt genau und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken ich habe 100 aufrufe in drei tagen erreicht das hätte ich niemals erwartet niemals gesagt 50 40 sowas so dass man so meine überlegungen wie hoch ich schaffen könnte mit meinem allerersten video noch so ganz unbekannt aber 100 aufruf ist echt krass finde ich gut dankeschön und ab heute wird jeden tag ein video kommen also heute ist mittwoch morgen wird eins kommen und am freitag wird auch eins kommen und am freitag vor allem wird ein hard ein video kommen also ein battlefit hardline video mal schauen wie das bei euch so ankommt bin echt gespannt ja zwar da noch eine und ich wollte euch dazu aufrufen vor sich dazu noch aufrufen also ich lade am donnerstag noch ein video hoch und dann am freitag battlefield und wenn ihr dann am donner wenn ihr das video sieht schaut bitte das video morgen an und wenn ihr dieses video gesehen habt schaut das video am freitag an weil ich würde gerne wissen was ich vom gameplay her jetzt nicht so ja ich finde viel scheiße zu ist besser so zu bewerten und dann eine positive bewertung darauf geben wenn ihr COD beispielsweise mit und dann im gegensatz dazu eine negative bewertung also geht dann wirklich auf das video und ihr müsst euch auch nicht anschauen oder so okay doch es wäre schon schön wenn ich es anschauen würde ja ich war hier weg ist langweilig da eine infizierte hat verlassen genau und eben wenn ihr battlefit hardline das gameplay wird jetzt nicht das spiel das gameplay und das kommentare von mir dann lasst da ein like also gibt da einen daumen nach oben und bei dafür im gegensatz dazu im cod ein daumen nach unten also ich habe kein problem damit ich will einfach nur wissen was sie mehr anschauen würdet oder was sie mehr mögt ich wollte schon sagen wir können ja noch eine runde dranhängen aber jetzt hat es ja noch jetzt ist ja noch eine infiziert habe zwar nicht geachtet aber wahrscheinlich hat er sich selber umgebracht so wie ich so wie es immer ist wenn es kurz vor ende ist ich kenne doch jeder oder war klar das werden immer mehr also ist schon fast über die hälfte jetzt also ist eigentlich schon knapp die also dafür dass ich dann kein infizit mehr gespielt habe finde ich dass ich eigentlich ganz gut bin und eben schreibt man die kommentare wie ihr das wie ihr das neue dlc von cod mögt ich würde mich auch interessieren weil ich weiß nicht ob ich es mir holen soll also gibt mir empfehlungen oder halt ja halt sagt ja das ist scheiße oder das ist gut würde mich echt freuen wenn ihr das in die kommentare schreiben könnte weil ich bin mir dazu unsicher ich weiß nicht ob ich mir kaufen soll schreibt einfach in die kommentare wie es mir das dlc findet selber findet ja ok nein das habe ich gemacht ja egal jetzt f*** ich die alle locker die sind irgendwo oben So sollte jetzt lange keine Chance. Wahrscheinlich will ich jetzt 1 Kill machen, das wäre richtig nice jetzt. Wenn ich den 1 Kill so mache. Ah, Scheiß auf 10 Kill. Ja, trotzdem soll ich mal 1. Okay, der ist jetzt auch tot. War doch wohl nichts mit dem coolen Kill. Ich weiß nicht, sollen wir noch eine Runde dranhängen oder nicht? Ja, eine Runde geht noch. Würde ich mal sagen, oder? Ähm, verloren wir jetzt eigentlich? Ja, okay. Äh, 8-1. Ist eigentlich ganz gut, oder? Oder wir könnten auch noch eine Runde Einschuss spielen. Ähm, oh, ein Fahrradlieferung. Ja, eine Runde hängen wir noch dran. Hey, ich mach doch keine Sachen zum Anziehen. Ich brauch Waffen. Mal schauen. Oh, nein. Äh, wie kann man noch mal? Waffenkammer, ein Lissballerboyz. Oh. Oh. Was könnte ich jetzt wegmachen? Ich könnte eine von den beiden wegmachen. Näh. Mh. 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 Was gibt's noch? Mh. Bisschen Zeitvertreiben. Ja. Ja. So, ja, ein anderes Mal. Oh. Sorry. Mh. 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 Naja. Eine Runde machen wir noch und dann hör ich auf. Ja. Ach hier, übrigens schaut mal bei einem Kollegen von mir vorbei. Der heißt, Mein Luke. Ich werde ihn auch unten in der Beschreibung verlinken. Er will, er kann, also er macht Minecraft Videos. Ich finde seine Videos eigentlich recht gut. Mal schauen. Vielleicht kriegt ihr noch ein paar Zuschauer mehr. würde mich auch echt freuen wenn ihr den auch abonnieren würde aber natürlich nur wenn ihr mögt nicht jetzt weil ich es gesagt habe sondern wenn ihr mögt oder hat ihn fast hätte ich mir einen aussuchen sollen der alles ist schon drei infiziert sind die so unfähig ich bin genauso unfähig wie die es wird eine schnelle runde was soll das werden gegner komm 1 1 kill ich jetzt mit mit dem nadelteil ach scheiß drauf ja weg unnötig fährt bisschen behindert noch eine übliche ok es war eine echt kurze runde so ist das mut machen ja gut nicht an die zwei stecken sich bestimmt irgendwo gerade voll dreist ok jo das war's mit dem heutigen video ich hoffe es hat euch gefallen mal was also als etwas anderes infiziert macht nicht jeder wahrscheinlich weil es auch nicht so spannend ist also die erste runde fand ich ganz gut zweite war kurz ich habe auch nur 14 sekunden überlebt der längst hat eine minute lang also dann dankeschön fürs zuschauen liken gibt einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und dann noch unten wenn euch nicht gefallen hat das war's mit mir ciao und haut rein dann ja 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 Vielen Dank.